Herzlich willkommen zu diesem Tutorial des Instituts für Digital Humanities in Göttingen. In diesem Video wollen wir das Unwrapping-Tool auf 3D-Modelle anwenden, um die Objektoberfläche virtuell auf einer Ebene darzustellen. In den Bild- und Objektwissenschaften ist die Abwicklung oder Abrollung ein zentrales Mittel der zeichnerischen Dokumentation, um umlaufende Verzierungen auf der Oberfläche von Artefakten zu visualisieren. Dabei wird die Gestaltung des Objekts frießartig aufgezogen, sodass der Dekor der gesamten Oberfläche in eine Ebene gelegt wird. Komplexe geometrische und figürliche Verzierungen oder Inschriften sind in dieser Darstellungsweise besser zu untersuchen und zu verstehen. Mithilfe digitaler Methoden kann eine Abwicklung auch virtuell an einem 3D-Modell erfolgen. Neben der hohen Maßstabstreue hat dieses Verfahren den Vorteil, dass die Farbinformationen, die beim Scan mit aufgenommen werden, exakt übertragen werden. Zudem sind Negative, wie beispielsweise der Abdruck eines Rollsiegels, im Fall einer eingravierten Oberflächengestaltung mit nur wenigen Schritten darstellbar. Die digitale Abwicklung sowie die Erstellung eines digitalen Abdrucks wollen wir an zwei Modellen durchspielen. Hierfür verwenden wir das 3D-Modell einer korinthischen Euno-Hor und eines arkadischen Rollsiegels. Wir beginnen mit der Euno-Hor und importieren diese in MeshLab. Als erstes müssen wir das Modell der Weinkanne neu orientieren, um eine zuverlässige Abwicklung zu erhalten. Dafür öffnen wir unter Filters den Unterpunkt Normals, Curvatures and Orientation und dort Transform, Rotate und aktivieren außerdem die Ansicht der Achsen mit einem Klick auf das Koordinatensystem-Icon. In MeshLab ist die Abwicklung der Oberfläche an der Y-Achse ausgerichtet. Das Objekt wird also sozusagen entlang der Y-Achse aufgeschnitten und aufgeklappt. Daher muss das Modell so ausgerichtet werden, dass die Oberfläche, die frießartig abgewickelt werden soll, parallel zur Y-Achse verläuft. In unserem Fall wollen wir den Gefäßkörper abwickeln. Wir drehen das Modell um 90 Grad auf der X-Achse. Wir achten darauf, dass Freeze Matrix aktiviert ist und bestätigen die Drehung mit einem Klick auf Apply. Im nächsten Schritt muss das Modell neu zentriert werden, damit der Objektmittelpunkt exakt auf der Y-Achse liegt. Dafür öffnen wir unter Filters, Normals, Curvatures and Orientation und dort Transform, Translate, Center, Set Origin. Dann wählen wir bei Transformation Center on B-Box. Auch hier achten wir wieder darauf, dass Freeze Matrix aktiviert ist und bestätigen die Auswahl mit einem Klick auf Apply. Der Gefäßkörper ist nun korrekt ausgerichtet. Die Y-Achse verläuft durch den Objektmittelpunkt und die Oberfläche kann im nächsten Schritt abgewickelt werden. Dafür wählen wir im Menü unter Filters, Smoothing, Fairing and Deformation und dort Geometric Cylindrical Unwrapping. Es öffnet sich ein Fenster, in dem wir anhand von Gradzahlen den Bereich des Meshes auswählen können, der abgewickelt werden soll. Da wir die ganze Oberfläche abwickeln wollen, lassen wir als Wert bei Start Angle 0 und bei End Angle 360 eingetragen und klicken auf Apply. Es erscheint ein neu erzeugtes Mesh des abgewickelten Gefäßes, das jedoch noch ohne Textur angezeigt wird. Um die Textur auch dort anzeigen zu lassen, müssen wir das neue Mesh speichern. Wir wählen das neue Mesh in der Projektübersicht aus und speichern es unter einem neuen Namen. Damit die Textur vom Original-Mesh übertragen werden kann, achten wir darauf, dass wir das neue Mesh im selben Ordner speichern, in dem sich auch die Original-Datei befindet. Nun können wir das abgewickelte Mesh inklusive Textur neu laden, indem wir auf das Reload-Icon oben links in der Werkzeugleiste klicken. Ob die erzeugte Abwicklung unseren Ansprüchen entspricht, lässt sich abschließend durch Ein- und Ausblenden sowie Drehen von Eunochohe und Abwicklung bewerten. So lässt sich beispielsweise überprüfen, ob wir die Eunochohe korrekt an der Y-Achse orientiert haben und die Abwicklung daher gleichmäßig und eben verläuft. Sollte die Y-Achse zum Beispiel nicht exakt gerade durch den Objektmittelpunkt führen, kann das Ergebnis der Abwicklung auch sehr uneben, schief oder gewölbt aussehen. Auch bei unserem Modell fällt ins Auge, dass nicht die gesamte Oberfläche auf eine Ebene gebracht wurde, sondern noch immer viele Wölbungen zu sehen sind. Dies liegt allerdings nicht an einer schiefen Ausrichtung, sondern daran, dass Körper mit zusammengesetzten Krümmungen nicht ohne weitere Bearbeitung abgewickelt werden können. Für eine Abwicklung in MeshLab eignen sich daher vor allem geometrisch einfache und symmetrische Objekte, wie zum Beispiel Zylinder. Bei der Erfassung von Artefakten wird in den Bild- und Objektwissenschaften nicht nur die Ansicht der Objektoberfläche, sondern auch der Querschnitt des Objekts dokumentiert. Besonders für die Analyse von Keramik ist das Profil relevant, da es ein wesentliches Kriterium zur Bestimmung der genauen Gefäßform ist. Durch einen Schnitt, der mittig durch das Objekt gelegt wird, lässt sich auch in MeshLab eine Profillinie erstellen. Dafür wählen wir in der Projektübersicht das Mesh aus, von dem ein Querschnitt erstellt werden soll, und öffnen im Menü unter Filters, Quality Measure and Computations, den Unterpunkt Compute Planar Section. Es erscheint ein Fenster, in dem wir in der Auswahl Plane Perpendicular To die Ausrichtung der Schnittachse festlegen können. Da der Schnitt rechtwinklig zur ausgewählten Achse verlaufen wird, muss das Modell genau an den Achsen ausgerichtet werden. So erhalten wir einen möglichst mittigen Querschnitt. Entsprechend der Ausrichtung unserer Euno-Hohe wählen wir im Menü die X-Achse. Unter Cross-Plane Offset kann anhand von Zahlwerten die Position des Schnittes variiert werden. Für einen mittigen Schnitt belassen wir den Wert bei 0 und klicken auf Apply. In gelber Farbe erscheint nun der Umriss des Gefäßes, den wir gut nachvollziehen können, wenn wir die Euno-Hohe ein- und ausblenden. Da die Gefäß-Innenseite im Aufnahmevorgang nur an der Mündung erfasst wurde, ist nur hier die Dicke der Wandung erkennbar. Die erstellte Umrisslinie kann nun als Vektorgrafik exportiert werden. Zunächst müssen wir dafür den Umriss parallel zur Betrachterebene ausrichten. Da wir mit der Vektorgrafik eine 2D-Ansicht erstellen, wird der Gefäßumriss sonst verfälscht. Die Vektorgrafik wird von der Vorderansicht des Meshes erstellt. Daher wählen wir in der Projektübersicht das Mesh des Umrisses aus und lassen es über Windows in der Menüleiste und dort über View from Front in der Vorderansicht anzeigen. Wir sehen, dass in dieser Ansicht nicht die Gefäßform, sondern nur eine gelbe Linie erkennbar ist. Damit uns der Querschnitt des Gefäßes korrekt angezeigt wird, müssen wir die Umrisslinie also um 90 Grad drehen. Dafür öffnen wir unter Filters den Unterpunkt Normals, Curvatures and Orientation und dort Transform Rotate. Hier stellen wir eine Drehung um 90 Grad auf der Y-Achse ein, achten darauf, dass Freeze Matrix aktiviert ist und bestätigen den Befehl mit einem Klick auf Apply. Nun können wir den Umriss als Vektorgrafik exportieren. Wir überprüfen, dass in der Projektübersicht noch immer das Mesh der Umrisslinie ausgewählt ist und klicken dann im Menü unter File auf den Unterpunkt Export Mesh As. Dort geben wir dem Mesh einen neuen Namen und wählen für die Speicherung als Vektorgrafik das DXF-Dateiformat, kurz für Drawing Interchange Format. Die exportierte Datei kann nun mit einem entsprechenden Programm, wie beispielsweise dem Graphic Converter, geöffnet werden. Den nun zweidimensional abgebildeten Gefäßumriss können wir anschließend beispielsweise auf Unterschiede in der Form zu den Profilen anderer Eunochonen vergleichen. Für die Bearbeitung des zweiten Modells, dem arkadischen Rollsiegel, schließen wir unser Projektfenster und öffnen ein neues Projekt, in das wir das Mesh des Rollsiegels importieren. Auch hier müssen wir das Objekt zunächst neu ausrichten. Da wir eine Abwicklung der Gravur erstellen wollen, soll das Rollsiegel auf seiner Unterseite stehen, sodass die Y-Achse vertikal durch das Objekt verläuft. Damit wir das Siegel nicht in mühsamer Feinarbeit hin- und herdrehen müssen, bis wir die gewünschte Position erreicht haben, wollen wir es zunächst in Mesh-Mixer bearbeiten. Dort können wir, wie wir im letzten Tutorial gelernt haben, die Unterseite mit den Werkzeugen Pivot und Align einfach als waagerechte Standfläche definieren. Wir exportieren das Objekt unter einem neuen Namen und laden das neu orientierte Modell wieder in Mesh-Lab hoch. Dort überprüfen wir, ob die Y-Achse durch den Objektmittelpunkt verläuft und zentrieren das Modell bei Bedarf neu. Im nächsten Schritt kann die Oberfläche des Siegels abgewickelt werden. Ist das neue Mesh erzeugt, müssen wir, wie schon bei der Abwicklung der Euno-Hor, noch die Textur verknüpfen. Anschließend überprüfen wir, ob die Oberfläche gerade und eben ist und wir mit der Abwicklung zufrieden sind. Entspricht alles unseren Vorstellungen, können wir aus der Abwicklung den Siegelabdruck erstellen. Dafür müssen wir zunächst die Mesh-Rückstände auf der Rückseite der Abwicklung grob entfernen, um die eingravierte Szene von beiden Seiten betrachten zu können. Beim Auswählen der zu löschenden Bereiche geben wir darauf Acht, nicht versehentlich einen Bereich der Gravur zu löschen. Wenn wir anschließend die Abwicklung von beiden Seiten betrachten, können wir erkennen, dass die bildliche Szene auf der hellen Hauptseite der Abwicklung als eingetieftes Relief erkennbar ist, aber auf der dunklen Rückseite als erhabenes Relief hervortritt. Die Szene auf der Rückseite ist zudem spiegelverkehrt zur Gravur auf dem Rollsiegel abgebildet. Sie stellt also genau den Abdruck dar, den das Rollsiegel in weichem Material hinterlassen hätte. Dieser erhabene Siegelabdruck soll nun also zu unserer Hauptseite werden. Wir wählen in der Projektübersicht die Abwicklung aus und gehen über Filters, dort über den Unterpunkt Normals, Curvatures and Orientation, auf Invert Faces Orientation. Dort klicken wir auf Apply. Durch diesen Filter wird die Ausrichtung der Faces umgekehrt und die ehemals dunkle Rückseite wird zur hellen Vorderseite unseres Abdrucks. Die neue Ausrichtung unseres Meshes wollen wir nun fixieren und wählen dafür unter Filters den Unterpunkt Normals, Curvatures and Orientation und dort Matrix, Freeze Current Matrix. Da das Meshes nun nicht mehr das abgewickelte Rollsiegel zeigt, sondern den Abdruck, den es in weichem Material hinterlässt, ist die verknüpfte Textur nicht mehr zutreffend. Für einen stimmigeren Eindruck wollen wir daher einen Shader auf den Abdruck legen. Der Shader Fong lässt das Meshes beispielsweise wie ein Gipsabdruck wirken. Nun können wir unseren fertigen Rollsiegelabdruck genauer begutachten und überprüfen, Snapshots vom Mesh mit aufgelegtem Shader aufnehmen oder das Modell zur weiteren Bearbeitung exportieren. Die digitale Erstellung eines solchen Siegelabdrucks hat gegenüber der analogen Abdruckgewinnung den Vorteil, dass das Originalobjekt nicht der Gefahr ausgesetzt wird, bei der Abformung beschädigt zu werden. Zudem wird nicht riskiert, dass Rückstände des Abdruckmaterials in der Gravur zurückbleiben. Voraussetzung für eine akkurate Abbildung der Gravur ist jedoch ein 3D-Modell mit möglichst hochauflösender Oberflächenstruktur. Mit wenigen Schritten lässt sich mit dieser Methode eine Objektoberfläche in MeshLab frießartig darstellen. Vor allem die hohe Maßstabstreue sowie die exakt übertragenen Farbinformationen machen die digitale Abwicklung zu einem geeigneten Verfahren, um umlaufende Verzierungen zu visualisieren und zu untersuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen!